Von Kokeln spricht man, wenn man quasi entweder dadurch, dass kein Liquid mehr auf der Watte ist oder weil man viel zu hohe Leistung hat, mit der Keul die Watte einfach verbrennt. Das schmeckt super widerlich, es riecht super widerlich und tatsächlich ist es auch genau das Kokeln, wie man es jetzt in anderen Bereichen des Lebens erwarten würde. Da verbrennt dann tatsächlich wirklich Wattebestandteile und das ist dann auch sehr eklig.